Moin Moin und Ahoi! Hier ist wieder euer Käpt'n Ur-Barat und ich bin heute hier bei den Zahnärzten auf dem Riedberg. Hier soll es Zahnpiraten geben. Ich bin einer. Oh, das trifft sich gut. Ich brauche nämlich eine neue Crew. Die hab ich für dich. Folge mir. Na, das ist ja spannend, was du hier machst. Hast ja auch was Vernünftiges zu trinken hier doch. Ja klar, der beste Zahnbruch in Riedberg hier. Doch, Alter, darum Frust, ne? Oh, das geht runter wie Wasser. Das ist gut. Komm, du bist Teil der Kuh. Komm mit. Was macht ihr denn hier? Oh, meine neue Crew und ich. Wir sind auf der Suche nach dem Schatz. Der Schatz ist genau Gott. In der Stadt, die Frankfurt heißt, leben Piraten, wie jeder weiß. Ja, wir sind die Piraten von Riedberg. Ja, wir sind die Piraten von Riedberg. Wir hatten Pongi Berg, wir hatten Pongi Berg